Ja, wieder ein sehr technisches, langweiliges Video. Das hier ist ein Wi-Fi-Stick, von dem ich das Gehäuse abgemacht habe, um nämlich zu gucken, wie ich das in mein Netbook einbauen kann. Und ich habe hier mal einen Geschwindigkeitstest gemacht. Ich bin jetzt so circa 7 Meter und eine Wand ist auch noch dazwischen weg von meiner Fritzbox, die selbst von etwa 2013 ist, also nicht die neueste. Und wir können sehen, dass wir hier ziemlich gute Geschwindigkeitswerte haben. Weil ich ja an diesem NC10 einen USB-3-Controller eingebaut habe und eine USB-3-Buchse. Das hat man ja im anderen Video gesehen. Und eigentlich, wenn man sich die Werte hier anguckt, braucht man gar keinen USB-3. Aber ich finde es einfach schick irgendwie, wenn ich einen USB-3-Controller drin habe. Der hat ja noch einen zweiten Anschluss intern übrig gehabt. Dann an dem zweiten, also am einen ist die Buchse dran und am anderen ist dann dieser Stick dran, den ich hier einbauen möchte irgendwo. Und die Antenne, ich habe eigentlich vorgehabt, irgendwie die bestehende Antenne im Netbook hier anzuschließen, aber wie man hier sehen kann oder vielleicht auch nicht erkennen kann, gibt es da leider keine Buchse. Und da ist irgendwie auch keine gute Stelle für so eine Buchse oder für zwei Buchsen, jeweils für Senden und Empfang. Und deswegen werde ich vielleicht eher längere Kabel, also von diesem Typ hier kaufen und die bestehende Antennen, die hier drin sind, also das, was hier in dem Plastikteil drin ist, das dann in den Deckel irgendwo einbauen. Das ist gerade eher mein Plan. Ja, und wir haben hier eben ja gesehen, wir haben ja hier eine Bitrate, die ziemlich hoch ist. Und das reicht sogar aus, um im Browser Minicurve zu spielen. Und das ist jetzt erstmal nichts Besonderes, weil der Browser, der muss ja nichts laden über Netzwerk. Aber das hier ist nicht nur irgendein Browser auf dem Gerät, sondern das ist Chromium von meinem Server, der im Keller steht. Also ich habe das hier mit SSH-XC gemacht. Das heißt also, dieses Bild, was man hier sehen kann, wird per Netzwerk übertragen auf mein Gerät. Und ja, wie man hier sehen kann, es gibt eine Latenz. Also wenn ich meinen Finger bewege, mal sehen, kann man das sehen, ja. Dann dauert das so eine Viertelsekunde oder so. Aber an sich, es ruckelt nicht, es ist ziemlich flüssig. Also ja, natürlich für erfahrene Gamer ist das natürlich ruckelig, aber ich finde es gut. Also ich finde, dass das hier einfach gut zeigt, wie schnell die Verbindung ist. Und das ist ja jetzt sowieso nicht das, was ich damit später vorhabe, aber es reicht auf jeden Fall. Und darauf kommt es hier an. Ja, ich hoffe, dass diese Operation gelingen wird und dass das Gerät dann auch schön funktioniert. Das Kabel brauchte ich übrigens, weil das aus irgendeinem Grund nicht direkt erkannt wurde sonst.